Bevor wir heute am 17.10.2021 den YouTube Random Comment Picker per Zufallsgenerator entscheiden lassen, an wen denn die Blu-rays von Monster Hunter gehen werden, an wen die Blu-rays von Cicada 3301 gehen werden und an wen dieses riesige Paket voller Horror-Movies, über 50 Movies auf DVD, Blu-ray, Steelbook, Mediabook und Special Edition gehen wird. Noch kurz der Hinweis, falls ihr hier nicht mit dabei seid, die ausgelost werden, nicht verzagen, Cinemanuel Fragen, denn die nächsten Aktionen stehen schon in den Startlöchern. Wir sehen hier Verpower und da wurde mir schon von Capelight Pictures freundlicherweise wieder zwei Exemplare zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an Capelight Pictures. Dann haben wir noch den neuesten Film mit Alexandra D'Addario, Pflichtprogramm auf meinem Kanal, ihr wisst es. Und auch hier gibt es dann zwei Blu-rays zu gewinnen, tanke an dieser Stelle an Konstantin Film. Also ihr seht es, es geht nahtlos weiter. Außerdem haben wir hier eine gewisse Zahl schon und es steht nicht im Bereich des Unmöglichen, dass wir eventuell bald eine 8.000 Mann-Frau-stark diverse starke Film-Community hier sind auf Cinemanuel und selbstverständlich wird es zu diesem freudigen Anlass auch wieder etwas geben, speziell aus meiner eigenen Tasche. Aber auch da habe ich mich selbstverständlich für die Geiste-Community hier auf YouTube nicht lumpen lassen. Außerdem noch der Hinweis, die beiden Jungs hier haben noch eine coole Aktion ins Leben gerufen. Auch da möchte ich mich, darf ich mich sogar daran beteiligen. Natürlich wird es jetzt, wenn man diese ganzen Sachen hier sieht, nicht so üppig ausfallen wie sonst. Aber da gibt es definitiv auch noch was Tolles für euch. Falls ihr davon noch nichts mitgekriegt habt, schaut mal bei dem Movie Picker vorbei, bei seinem Video, mein YouTube, mein Erfolg und mein Ende. Da bekommt ihr alle nötigen Informationen dafür. Danke, dass ich da mitmachen darf auch. Und wie gesagt, fällt zwar ein bisschen kleiner aus, aber ihr seht es, es läuft hier weiter, es läuft bei den Jungs weiter. Und es ist doch geil, wenn am Ende ihr die geilste Community davon profitiert. Also, dann würde ich sagen, alle Disclaimer wurden disclaimed. Grüße gehen raus. Und hier machen wir dann jetzt weiter mit Dark Web. Cicada 3301. Meine Review dazu kennen die meisten davon. Die haben sich dann auch hier eingetragen für die zwei Blu-rays, die mir, wie gesagt, von Cape Light Pictures freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Und da werden wir jetzt zwei von euch raussuchen. Zuerst einmal gucken wir, ob wir noch was zum Überprüfen haben, was ausstehend ist. Dann klicken wir mal hier drauf. So, das war's. Machen, neu laden. Und das geht. Da habe ich ja gestern noch ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Und damit das auch alle mitbekommen. Von daher müsste das passen. Jetzt haben wir hier veröffentlicht alles. Also, ihr seht, es ist schon echt einiges wieder da. Interesse ist groß. Das freut mich natürlich sehr. Nicht nur mich, auch Cape Light Pictures. Und von daher würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal hier unseren Link. Den geben wir hier ein. Dann brauchen wir natürlich noch den Hashtag. Den Hashtag findet man wie immer hier unten. Ja, dann kopieren wir uns den hier raus. Hashtag. So. Dann schauen wir mal, wie viele Kommentare wir haben. 38 Kommentare. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit der Nummer 1. Und der Winner ist Andrea Dreisinger. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich per E-Mail an mich mit deiner Adresse. Und schreibt dazu noch bitte Cascader 3301. Dann weiß ich da schnell Bescheid. Und dann geht das alles schneller. Die sind auch schon gepackt, diese Sachen. Also, die gehen auch ruckzuck raus. Dann haben wir noch einen zweiten. Also, pick another winner. Und dann schauen wir mal. Und der zweite Winner ist Florian Birgel. Jo, herzlichen Glückwunsch. Auch du hast eine Blu-Ray hier jetzt gratis abgestaubt sozusagen von Cape Light Pictures. Bitte melde auch du dich hier bei mir mit Adresse per E-Mail. E-Mail unten in der Videobeschreibung. Dann müssen wir gucken, wo sind wir? Männer mit Babywindeln. Da waren wir Monster Hunter. Da sind wir bei Monster Hunter. Und ich denke mal, da geht einiges ab. Herzlichen Dank hier nochmal an Konstantin Film. Dann gucken wir mal hier, was noch zu freischalten ist. Jo, nur noch fünf. Bin da gestern schon mal drüber gegangen und hab da einige freigeschaltet, damit es heute nicht so viel wird. Aber hier bei Monster Hunter dürfte das schon einiges sein. Ja, also man sieht es hier. Das Interesse ist groß und freut mich natürlich sehr. Also dann nehmen wir uns auch hier den YouTube-Link, gehen rein und dann nehmen wir hier die Kommentare. Überprüfung ausstehend haben wir jetzt gemacht. Ja, genau. Was brauchen wir? Nee, wir brauchen den Hashtag. Wo ist das? Hashtag hier Konstantin Film. Den nehmen wir und gehen jetzt hier rein mit dem Comments. Oh, hey, 121 sagt er uns hier. Ist ja gut, dass uns Konstantin Film hier gleich drei Blu-rays zur Verfügung gestellt hat. Also echt geile Geschichte. Danke nochmal Konstantin Film. Und los geht's. Nr. 1 ist Frank Kasa. Konstantin ist bestimmt ein toller Film. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich hier an alle. Seid bitte so fair. Meldet euch innerhalb von einer Woche. Ich werde jetzt auch hier niemanden mehr groß anschreiben oder hinterherlaufen und sonstiges. Ich finde, wenn man sich für sowas einträgt, dann sollte das Interesse auch schon da sein. Und man nachgucken, habe ich den gewonnen oder nicht. Ansonsten, ganz ehrlich, sorry. Also eine Woche. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag hier wieder. Also weiter geht's. Pick another winner. Und der nächste, die nächste ist Steve007. Bist ihr bald bei 8000 Abos. Gut, dass wir es gerade angesprochen haben. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Bitte auch du per E-Mail an mich. Und dann haben wir noch den nächsten, Nr. 3, Thomas Forisiak. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Schade, dass kein 4K-Steelbook erscheint. Ja, das fand ich auch schade. Ich habe aber mir das Steelbook so besorgt und dann die 4K-Scheibe einfach da reingelegt. Ist aber ultra krass, wenn man sich das alles so dann natürlich kaufen und zusammenstellen möchte. Also, herzlichen Glückwunsch an euch. Drei jetzt nochmal zusätzlich. Bitte E-Mail an meine E-Mail-Adresse. Und dann wird es jetzt richtig spannend. Und 69-Media-Books. Genau. Hier nochmal der Hinweis. Ich habe mir auch nochmal die Mühe nachträglich gemacht. Es steht hier dran. Bitte zusammen. Ich sage es auch im Video. Bitte zusammenschreiben. Bitte keine Leerzeichen zwischen Hashtag, der Zahl und den Sachen. Beispiel auch hier 69-Media-Books. Und die meisten haben das auch geschafft. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, den einen oder anderen kommentiert. Aber bei der Menge, ihr seht es dann, es ist, schaffst du einfach nicht. Ich schaffe es ja so kaum, allen Kommentaren hinterher zu kommen. Und auch da noch. Und wenn es dann schon beschrieben ist. Und wenn es dann eingeblendet wird. Und wenn es dann auch noch unten in der Infobox steht und in den Hashtag. Also, viel mehr kann ich da nicht machen. Ihr seht es hier. 4 Media-Books. Das passt. Bearbeitet. 4 Media-Books auch noch nachträglich gemacht. Sehr gut. Finde ich cool. Und da dürft man. Ich bin echt gespannt, wie viele Kommentare wir hier haben. 200 oder so müssten es eigentlich schon sein. Komm, wir müssen Monster Hunter toppen hier mit unserer Aktion. Ja, was war jetzt richtig? Die richtige Lösung war ja natürlich, wie viele Media-Books war die Frage? Gibt es in der Aktion? Die richtige Antwort war 4 Media-Books. Dann nehmen wir das hier. 4 Media-Books. Das ist korrekt. Egal, ob klein oder groß geschrieben. Das ist vollkommen wurscht. Jetzt gehen wir hier hin. Jetzt sagen wir, get comments. Und jetzt... Wow. 189. 189 richtige sozusagen Hashtag. Und jetzt... Also, ich bin echt gespannt. Ich drücke euch alle natürlich die Daumen. Und wie gesagt, wenn ihr nicht ausgewählt wurdet. Hier, The Power. Diana Gunfight. 8.000 Abonnenten. Ja. So, Aktion wird es noch geben. Ein richtiges Special gibt es dann bei 10.000, habe ich gesagt. Wieder mal mit einer eigenen kreierten Filmsequenz und so weiter. Und dann noch die Chance hier bei meinen Kolleginnen und Freunden, Moviepicker und der Angler bei ihrer Aktion. Also, ich denke, da geht was. Daumen nach oben. Auf jeden Fall schon jetzt. Und Daumen drücken. Bin selber ein bisschen aufgeregt und gespannt. Und der Winner ist Johannes Pieck. Herzlichen Glückwunsch. Monstermäßiges Video über ein ebenso monstermäßiges Gewinnpaket. Manuel, du schaffst es immer wieder, noch ein Highlight nachzulegen. Jo, herzlichen Dank, Johannes. Bitte melde dich bei mir. Ich muss jetzt echt nur noch... Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach so einem riesen Karton wegen dieser Peninsula-Sache. Also, kann sein, dass bei dir ein riesen Monsterpaket ankommt. Aber das ist dann eben dieser riesengroßen Edition von Peninsula geschuldet. In diesem Sinne, meine Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, für die Unterstützung. Macht einfach weiter so kräftig weiter hier. Und ihr seht es, dann werden wir alle zusammen Spaß haben. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Und Servus.